Und das bedeutet, ich bezeuge, dass Allah einzig allein für die Anbetung würdig ist. Das heißt, keiner darf mit Allah mit ihm angebetet werden. Und ich bezeuge wieder, dass Mohammed der letzte Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass auch Jesus, Sohn von Maria, auch war nur Allahs Gesandte. So bist du Muslim geworden. Willkommen in unserer Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017